Ein mega Update in Fortnite, wir laden uns das gerade für die Switch und für die PS4 hier herunter. Es hat sich mega viel getan. Leute, ihr könnt eure Helden eigenständig customisen, das heißt eigenständig gestalten, Haare, Haarfarbe und und und. Des Weiteren ist Frenzy Farm Geschichte, jawohl. Frenzy Farm ist Geschichte, wir schauen uns jetzt auch mal den Trailer dazu an, nämlich dort existiert jetzt ein anderer Ort. So, ich mach das mal ein bisschen leiser. Stark Industries ist da, mehrere neue Fähigkeiten der Helden und ihr müsst gegen Galactus Drohnen kämpfen. Da habt ihr das gerade gesehen, ich spiel mal nochmal zurück für die Leute, die das nicht begreifen, was da passiert. Ah, 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 da sehen wir auch schon, gut, Iron Man und ihr habt die Fähigkeit mit Iron Man zu schießen. Mhm, Silver Surfer kennen wir, Doom kennen wir, aber hier nochmal zu sehen, schön, Iron Man kann endlich schießen. Neue Power Ups. Wind Power Up vom Mystique. Shihulk hat auch neue Power, gut, kennen wir ja, und Thor, mit Thor's Hammer Blitze rufen und mit Thor's Hammer schlagen und Storm. Ja, das war der Trailer dazu, aber das war noch nicht alles, schaut euch das mal an, wie das hier aussieht. Stark Industries ist da, aber wie gesagt, es gibt noch einen neuen Ort und zwar, Leute, gehen wir mal weiter nach unten. Das hier. Frenzy Farm ist Geschichte, ihr seht eine neue Insel, wo eben auch Stark Industries drauf ist, eine Brücke und ja, sieht doch schon krass aus. Des Weiteren gibt es Möglichkeiten ab jetzt eure Haare zu gestalten, seht ihr hier Haare, Brustkorb, äh, Rüstung, Brille und und und. Gut, also, ich bin mega gespannt auf dieses Update, schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr dieses Update findet. Ich feiere das irgendwie, das, das war schon, das hätten die schon früher machen sollen, diese ganzen, äh, Gestaltungs-Sachen. Haltet euch fest, das waren noch nicht die Neuigkeiten, es gibt noch mehr Neuigkeiten und zwar gibt es bald demnächst ein Nintendo Switch Bundle, das schauen wir uns mal an. Und zwar, so sieht das aus, Fortnite, Nintendo Switch, Spezial Edition, ihr seht, die Joy-Cons sehen auch anders aus. Plus, ihr bekommt ein Wildcat Bundle und 2000 V-Barks, das sind wahrscheinlich diese Skins, die ihr dann bekommt, nur für die Nintendo Switch. Aber ihr müsst, glaube ich, äh, die Switch dazu kaufen, es ist ja ein Bundle. Fortnite ist nämlich mit drauf installiert. Was haltet ihr von diesem Pack? Kauft ihr dieses Pack oder nicht? Und lasst mir einen Daumen nach oben da, liebe Leute, das war es jetzt mit dem Video. Ich sag ciao, ciao.